schon langsam kennt man hier die ausländischen muss die karte wieder weg haben das ist ganz genau ja 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 Naja... Alles klar. War einfach nur ein netter Zufall. Gut. Machen wir es ab doch runter. Es ist schon... Fast schon Endgrade fühlt sich das an zu... Oder eher so... Endgrade zu den Zwischenstopp. Welches heißt Übergang zu NG plus 2? Oh, ist wieder Transgression. Ja. 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 Ja... Lala... Ach, darunter gehts doch. die fresse ich kann schon kaum erwarten ne ehrlich gesagt jetzt enkel plus 2 das heißt neue dungeons können wir mal hier probieren ob das sich bei jedem lohnt wüsste lohnt sich nämlich gar nicht das braucht man hier gar nicht zu machen wenn man synergy bei hat brauchst du das gar nicht probieren dafür gibt es ja die tränke von essentials ich habe mir gar nicht angeguckt ob die weltkarte jetzt dadurch noch gleich geblieben ist oder es auch noch mal was anders aussieht ja 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 Da ist die ja schon wieder. Ich könnte meinen, die ist untot. Der kommt immer wieder. Das ist doch nicht normal. Nochmal Meteorfeldruf, um sicher zu gehen, ob die alle wirklich tot sind. Falter, falter. Schaut voll aus. Uh, oh. Ah. Oh. 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 Ich habe keinen getroffenen, das ist traurig. Alter. Na, da bin ich in eine glückliche Ecke gekommen. Drei Trolle. Eine Hexe, ein Werwurf, Helden. Boah. 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 Aber man braucht immer so schlappes. Was hab ich da wieder? Alter. Alter! Das sei wohl, das ist so cool. Das handelt wieder gut. Das schaut ja aus. Genau, wie sieht das hier jetzt aus? Nach wie vor. Und kein Teleportort zum Bergwerk. Das heißt, ich muss mich echt zum dritten Akt hinporten und von da aus betreten. Ruhig, ruhig Fee. Die behalte ich. Was ist das? Ui. Ui. What? 3,3% mehr Ruhm? Und die behalte ich jetzt mal zum Spaß an. Ich merke hier, mir fehlt das überall an Geld. Das Glück ist mit euch. Das Glück ist mit euch. Das Glück ist mit euch. Und ich wechsle schon mal aus. Ob das klug war? Oh, wird schon. Oh, Gott. Da hole ich die Dinger rein. Dann machen wir noch das Altar und dann ist es eigentlich schon soweit. Oh, ich habe wieder weniger als 10.000 Leben. Naja, nicht so schlimm. Hauptsache, wir kommen durch. Brauche ich mal. Kultug. Kultugerbe. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Ach so. Hä, das soll ein Drachenelementar sein? Das ist eine Fledermaus. Oh, der zählt mir. Backe, Backe, Pizza. Das Spielentwickler sind Spritzer. Oh, das ist ein Drachenelementar. Das Spielentwickler. Uiuiui Los geht's Das ist gerade wesentlich befriedigend als Diablo 3 jetzt gerade ganz ernsthaft aber Diablo 3 werde ich nichtsdestotrotz durchziehen da ist ja wohl klar Chandra Hellwind und 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 I win So, kommen alle her zu mir. Level 80. Das ist der Schlüssel zu einer neuen Reise. Geht hier jetzt das Paragon Level los? Quatsch. Super, Paragon Level gibt es hier nicht. Elixir of Strength. Jetzt, pass auf. Lol. Tatsache. Ja, das ist ja mal lustig hier. Elixir of Vitalität. Oh, Megawana Trank. Und ich lasse sowas liegen. Schande über mich. Malala. Wir ziehen voran. Malala. Malala. Mein Harmon. Das war's für heute. Der Handgriff erfolgt von allen Seiten. Immerzu.